so hallo und herzlich willkommen zurück zu nighttonic rush der mittlerweile dritten folge denke ich mal ja doch müsste sein stehen bleiben sind wir das über dem hier das haben wir letztes mal gemacht das heißt danach folgende müsste das hier sein wie ich auch schon gesagt habe ist ein level dafür zumindest für mich unmöglich und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht testen weil ich ziemlich das gefühl habe dass es schwer werden könnte deswegen mache ich das mal lieber nicht und deswegen können wir leider auch die danach folgende nicht machen aber das hier und das sieht schon ziemlich cool aus und ja deswegen würde ich einfach mal mit dem gleichen fahrzeug würde ich sagen weiter und ja gladiator äh ja alter ja was geht ab okay okay ich glaube da kann man nicht so schnell durchfahren oder doch kann man oh gott alter lol halt weil wir hatten gerade auf dem checkpoint oder aber ich hoffe mal hatte ja am besten mein mikro gerade ziemlich laut habe ich so das gefühl ich mach mal kurz so jetzt komplett anders alter mal gucken wie ich das mache dass ihr das gleich wird das ist keine lustige fände ok so ein alter geilen tunnel ja genau es könnte sein dass es jetzt wieder diese folge ein bisschen rücke weil ich im hintergrund doch noch was wieder auf habe das lief zwar lol ja sicher das lief zwar letztes mal ziemlich gut aber hä alter äh lief zwar letztes mal ziemlich gut also möglichst ohne rücken und so aber ich habe jetzt im hinteren auch was auf weil sonst würde ich das danach wieder öffnen und das wäre ein bisschen kompliziert bei dem programm also ist nicht so von wegen öffnen einfach so alter lol halt warte ich habe eine idee ich habe keine ahnung wie ich das machen soll halt warte doch habe ich was 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 das ist ich ich das ist auch machen müssen ja mhm also immer daran denken wenn man mal keinen ausweg hat immer nach anfahren. Hä? Lull? Was war das? Okay, so erst da werden wir irgendwie nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Und irgendwie kommen wir auch gerade nicht weiter vorwärts. Boah. Jetzt geben wir hier nochmal wieder Gas. Ja, abbremsen an der Wand. Jetzt haben wir hier wieder so einen geilen... irgendwas. Checkpoint, okay. Oop, so macht man das heutzutage. Wir müssen hier schon wieder an der Wand fahren, aber naja. Ja, passt schon. Alter. So viel bunte Farben. Na. Alter, die Lenkung ist aber auch ziemlich extrem. Aber allgemein finde ich, das Spiel geht ziemlich gut und gerade klingelt es bei uns unten. Ich hoffe, das hört man jetzt gerade nicht. Nur ein bisschen mehr Gas geben. Ja, so viel dazu. Oh, starten wir ihn wieder. Hier. Okay. An der Wand fahren. Ich meine, warum auch nicht? Nein. Bitte, dass wir irgendwo ein Checkpoint gewesen sind. Ja. Da. Alter. Boah. Okay, jetzt aber. Aha. Liegt das nicht super? Nicht? Äh. What the fuck? Müssen wir da irgendwie versuchen, wieder an die Wand zuzukommen oder was? Ja, Mann. Äh. Wir haben es geschafft, ey. Mit einer Menge Skill. Hier habe ich gerade keine Ahnung, was hier der Plan ist. Egal. Erstmal Gas geben. Und sterben. Okay, haben wir jetzt aber ein Checkpoint. Das muss uns nicht wirklich interessieren, denn wir können ja einfach mit Vollgas durchfahren. Wuuu. Alter. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinfahren. Was machen wir hier gerade? Nein. Kurze vor, kurze vor, kurze vor. Okay. Jetzt aber. Ja, das machen wir jetzt. Äh. Okay, so viel dazu. Jetzt machen wir das, aber jetzt machen wir das. Auf, wenn es gerade voll ruckelt. Okay, jetzt. Ja, komm, komm. Hä, warum dreht er sich um? Alter, das ist voll scheiße zu spielen, wenn es ruckelt. Ja, komm, warten wir doch mal. Ich meine, warum auch nicht? So, jetzt geht's wieder. Checkpoint. Gas geben. Aber wie kommt mir das hier bekannt vor? Oder auch nicht? Alter, jetzt nur voll mit dem Wagen. Voll, voll, voll. Really? Really, really? Okay. Wuhuuu. Wohin müssen wir. Ich glaube, wir sind zu weit, oder? Alter. Na, ich glaube, wir sind zu weit. Oder? Wollen wir das probieren? Ja, wir sind zu weit. Okay, okay, okay. Also, guck. Wo ist denn hier das Ziel? Ehrlich jetzt, wo ist hier das Ziel? Okay, mal gucken, wo der andere ist. Dann müsste es doch da unten oben sein, oder? Alter, ist das Ziel echt da oben drauf, wo wir vorhin drauf waren? Mhm, stimmt. Oh, da unten drinnen. Aha, ja, Mann. New Highscore. Und wir sind Zweiter, weil ich trotzdem schon den ersten Platz belegt habe. Okay. Gut, dann, dann machen wir das jetzt. Und ist das A-Wild, was auch sonst. Und das Rockkult wie Sau. Wasch noch nicht. Erstmal Escape drücken. Oder auch nicht. Warum beruhigen sich die FPS nicht? Egal, ein Feinwald mit, äh, hier, 10 FPS. Jetzt nicht mehr, okay. Ich glaube, wir sind unter Wasser. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Nein. Komm, wir sind schnell als der andere. Wir sind schnell als... Und mit dem anderen meine ich ich. Aber das war schon so lange her, als ich das gespielt habe, ne? Oh, Alter. Läufig, so ist denn der andere jetzt wieder vor uns. Also, ich. Nein. Ja. Nein. Schnell. Springen. Äh, Minen. Minen sind aber nicht gut. Alter! Ja, sicher. Kommt auf einmal. Alter, ich fühl mich voll verarscht. Alter, echt wie... Komm, der ist genug vor uns. Ha, der ist auch weg. Okay, jetzt. Schnellen durch den Tunnel und lenken und alles mögliche hier und hier gleich wieder springen. Hier sind wieder die ganzen Minen. Hier müssen wir jetzt rechts. Jetzt kommt bestimmt links noch eins. Alter, kam wirklich. Aber ziemlich knapp vom Ende. Hallo. Gasgim, 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 gasgim. Oh, da war wohl eine Wand. Habe ich gerade gemerkt. Ja, komm, fliegen wir halt noch oben. Ich meine, warum auch nicht? Schuss. Okay, damit ich will nur überhitzen. Alter, kannst du mir ernst? Willst du bitte schon möglich sein? Hä? Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, ja, komm, komm. Alter, Gurke ohne Ende. Checkpoint. Ach, der ganze Messer ist, was ist das? Ja. Mal ein bisschen abwarten. Nur mal in die Option gucken. Das hier, ich weiß nicht wirklich, ob das sein muss, aber das sieht für mich bis aus. Jetzt haben wir schon mal ein paar mehr FPS. Warum auch immer. Okay, ich glaube, ich glaube, das liegt doch in den Hintergrundprogramm. Ah ja, genau. Was ich noch sagen wollte. Ich bin, also ich habe einfach so gestartet, glaube ich, oder? Kann es sein? Ja, ich glaube, ich habe echt einfach so gestartet. Also, heute ist Weihnachten. Juhu. Mit wunderschönen Geschenken, die man kriegt und Geschenken, die man anderen schenkt und alles Mögliche und so und ja. Ich weiß zwar, doch, okay, ich weiß schon so ein bisschen was, was ich kriege, aber das ist gar nicht mehr die Hauptsache, denn man sitzt mit der Familie zusammen vor dem gerade Geschmücken. Also, ganz im Ernst, das meine ich jetzt wörtlich, weil ich habe gerade eben, also wir haben gerade eben, ja, okay, wir haben gestern den Weihnachtsbaum geholt und haben den erst heute geschmückt. Mhm, am Weihnachten. Ist ein bisschen spät, aber das ist bei uns so üblich eigentlich. Oder was heißt, es ist halt, äh, ja. Okay, halt noch ein bisschen mehr. Ich meine, am liebsten hätte ich gerne nur 1 FPS. Ich meine, oder 0, 0 wären auch gut. 0 wären super. Alter. Aber auch zum Thema Weihnachten und auch zum Thema YouTube noch. YouTube und die Probleme und sowas. Und, also es liegt jetzt nicht direkt an YouTube, sondern einfach nur daran, dass, ich meine, alter, boah, ganz im Ernst, was soll das? Warum? Ruckel, 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 ruckel. Noch mal in die Option gehen. Hier finde ich aber nichts. Soll ich vielleicht zum Main Menü? Nein, natürlich nicht. Oh, guck mal, jetzt haben wir, ich glaube, jetzt haben wir echt 0 FPS oder 1. Guck mal, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Alter. Auf jeden Fall. Äh. Lol. Ja, alles easy, wir haben es geschafft. Äh, auf jeden Fall, zum Beispiel ein paar Leute, die ich jetzt wahrscheinlich nicht nennen werde, also halt aus dem YouTube-Kanal von uns 5, ähm, sind halt nicht wirklich so, die haben entweder nicht wirklich Bock auf YouTube oder die interessiert es halt einfach gar nicht. Ja, das ist so ziemlich das Gleiche, aber scheißegal. Auf jeden Fall, es ist halt einfach nur bescheuert. Also, alle wollten das zuerst, zuerst zumindest. Wir wollten alle einen YouTube-Channel machen, hatten alle Lust drauf. Ich habe mich dann herangesetzt, so ungefähr zwei Monate, um zu organisieren. Ich habe mich noch weitere zwei Monate oder sowas herangesetzt, um ruckeln ein bisschen, äh, um mir super coole Spiele auszusuchen. Zum Beispiel Tag, das fanden ziemlich viele, ziemlich gut. Auch welche aus unserer Alter. Okay, dann spielen wir halt mal wieder in Super-Zeit-Lupe. Ja. Hier drücke ich mal so ein bisschen die Tasten hier. Fahren wir jetzt einfach an der Wand, ey, so einfach geht das. So, und da haben wir es auch schon geschafft. Okay. Hier kann ich jetzt hier schon die Folge zu Ende machen. Wenn wir jetzt auf Continue drücken würden. Oder gibt es ja noch ein Level? Wie ist denn das Level gerade eben? Ah, egal. Machen wir dann. Okay, ich lasse das jetzt nochmal eben kurz laufen, weil... Noch eine Minute oder sowas können wir noch. Äh, Abfolge... Ach, okay. Erzähle ich dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Egal. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten. Falls ihr das zu dem Zeitpunkt ungefähr seht. Wird zumindest ziemlich cool. Ja, da sehen wir dann mal unseren ganzen Stand. Egal. Ähm, und dann würde ich sagen, bis morgen, wenn ihr wieder Lust habt. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020